Grüezi, ich bin Raphael Scholze, ich bin 28, bin aus den Niederlanden, aber wohne in St. Gallen und ich bin Zauberkünstler. Also seit meiner Kinderheit bin ich schon fasziniert bei Theater und Magie und wann ich jung war, habe ich ein kleines Zauberbuch bekommen und ich war so besessen bei das Buch, dass ich all diesen Zaubertricks gelernt habe und jetzt, 18 Jahre später, es ist mein Beruf und bin ich immer noch so fasziniert über Magie als vor 18 Jahren her, oder? Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, es ist unglaublich toll zum Reisen. Ich liebe das ganze Leben als Zauberer, als Reisen, als Theater und es ist ein unglaubliches Gefühl, wenn du auf einer Bühne bist, um die Leute mitzunehmen in deiner Welt von Magie, oder? Ich liebe das ganze Leben als Zauberer. 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 Vielen Dank.